Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu einem weiteren News Video heute. Und zwar wollen wir uns heute einen weiteren Angriff angucken und zwar den Norbitek gegen Bluetooth. Und ja, der ist tatsächlich sehr aktuell, dieser Angriff, denn ja, die meisten oder sehr viele neue Geräte sind davon auch betroffen. Das hat einfach was mit dem Protokoll von Bluetooth zu tun, denn die haben eine Kleinigkeit nicht bedacht. Das bedeutet, ja, wir wollen uns das heute ganz kurz angucken und zwar ist das ein relativ simpler Angriff. Natürlich will ich euch trotzdem kurz erklären, denn es ist eigentlich ein man in the middle handgriff, wie er im Buche steht. Nur, dass man eben nicht die eigentliche Kommunikation angreift, sondern einen Schritt davor. Denn die eigentliche Kommunikation oder der eigentliche Schlüsselaustausch ist bei Bluetooth sicher. Aber wir fangen einfach mal ganz normal an. Wie sieht denn so ein Schlüsselaustausch eigentlich am Anfang aus? Nun ja, zunächst bevor man Schlüssel austauschen kann, muss man festlegen, wie diese Schlüssel eigentlich aussehen sollen. Und dazu gibt man an, wie groß diese Schlüssel sind. Bei Bluetooth sind das standardmäßig 16 Byte, also im Endeffekt 16 mal 8 Bit, die man brute forcen müsste, um so einen Angriff durchzuführen. Das heißt, um dann eben auch tatsächlich die Verschlüsselung von Bluetooth zu knacken sozusagen. Was nicht viel ist. Also 16 mal 8 ist wirklich, wirklich wenig. Wobei wir hier von der Entropie reden. Also der eigentliche Schlüssel ist ein bisschen länger, aber die Entropie beträgt hier nur 16 Byte. Und das sind dann umgerechnet in Bit gerade mal 128 Bit Schlüssellänge oder im Endeffekt Entropie, was wirklich nicht viel ist. Also zum Beispiel jetzt, wenn man RSA oder sowas nimmt, da sind wir dann bei so 1024 das niedrigste, 4096 ist das höchste. Also Bluetooth ist generell sehr, sehr schlecht geschützt. Aber dafür wechselt der Schlüssel auch öfters mal durch. Und dadurch macht so ein Angriff meistens eigentlich gar keinen Sinn, denn das Protokoll an sich ist, ja wie gesagt, dagegen eigentlich relativ sicher. Aber was man jetzt als Angreifer hier tut, ist einfach folgendes. Also natürlich bestätigt das zweite Gerät dann, wenn man die beiden paired miteinander bestätigt, dieses zweite Gerät, wie dieser Schlüssel oder wie die Schlüssellänge ist. Und unser Angreifer kommt jetzt einfach hier ins Spielen. Denn dieser Teil der Verbindung ist nicht abgesichert. Die spätere Schlüsselverbindung oder der Schlüsselaustausch selber ist abgesichert. Alles ist abgesichert, nur eben dieser Teil hier nicht. Und der Angreifer sagt jetzt hier einfach, hey, dein Schlüssel ist gerade mal ein Byte groß. Und das sind tatsächlich die praktischen Werte, die auch wirklich bei diesem Knob-Angriff verwendet werden, ja. Das heißt, der mannende Mittelangreifer sagt hier, hey, dein Schlüssel beträgt gerade mal ein Byte. Das sind 8 Bit, ja. 8 Bit kann man in ein paar Sekunden brute forcen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Und zurück sendet er dann einfach, hey, dieses Gerät unterstützt leider nur ein Byte Schlüssellänge, obwohl eigentlich dieses Gerät natürlich mehr unterstützt. Und, ja, dann sind wir eben hier bei diesem furchtbaren 1-Byte-Schlüssel oder 1-Byte-Entropie. Und das ist leider sehr, sehr wenig. So, und was dann passiert ist folgendes. Ähm, der Schlüsselaustausch, der wiederum eigentlich sicher ist, also der ist authentifiziert, da kann man nichts dran rütteln. Das habe ich schon in meiner IT-Sicherheits-Playlist erklärt genauer. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ähm, der ist nicht angreifbar. Und der findet natürlich trotzdem statt zwischen den beiden Geräten. Da geht es ein paar Mal hin und her. Aber was der Angreifer jetzt hier macht, ist, er führt einfach einen Brute-Force-Angriff aus auf diesen Schlüssel. Und schon hat er den Schlüssel und kann die komplette Verbindung einfach mitlesen. Und teilweise in den Tests sogar eigenen Shard-Code einführen. Denn er hat ja selber auch den Schlüssel. Sprich, er kann auch dann Nachrichten an beide Geräte schicken. Und das funktioniert auch wunderbar. Das heißt, ja, hier haben wir eigentlich quasi dann alle Möglichkeiten dieser Welt. Er würde sich quasi auch als Gerät ausgeben können. Also er kann sich als das linke Gerät ausgeben. Er kann sich als das rechte Gerät ausgeben. Er kann einfach nur mitlesen, wenn er möchte. Und das ist natürlich ziemlich fatal. Ähm, und ja, hier mal ganz kurz die betroffenen Geräte. Also S9, Pixel 2, OnePlus 5 und so weiter und so fort. Eigentlich sind also auch Apple-Geräte jetzt nicht, dass ihr denkt, dass iPhone hier irgendwie davor sicher wäre oder sowas. Es ist eigentlich alles betroffen, was irgendwie mit Bluetooth zu tun hat. Und, ähm, ja, jetzt zu den Auswirkungen kurz. Also praktischer Nutzen. Wie könnte man sowas als Angreifer verwenden? Nur mal so, damit ihr auch die Vorstellung habt, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man bei Bluetooth was knacken kann. Nehmen wir einfach mal an, ihr habt eine Bluetooth-Tastatur. Ja, und der Angreifer kann nur mitlesen. Dann kann der alles mitlesen, was von eurer Tastatur geschickt wird an euren Rechner. Das hört sich erstmal nach sehr viel Krams an, was nicht wirklich wichtig ist. Aber jetzt nehmen wir mal an, ihr gebt A-M-A-Z-O-N.de und dann ein Enter an und dann eine Weile nichts. Und dann gebt ihr plötzlich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort an. Ratet mal, wer das dann mitlesen kann. In dem Fall ist es natürlich dann von Vorteil, wenn man sein Passwort zum Beispiel gespeichert hat oder sowas. Also, ja, solche Dinge kann man mitlesen. Man kann natürlich auch einfach die Verbindung zu den Kopfhörern kappen oder einfach mithören, was derjenige hört. Man kann Telefonate mithören, die auch natürlich über Bluetooth versendet werden an Kopfhörer und so weiter und so fort. Also ziemlich große Ausmaße. Und in diesem Sinne, ja, erwarten wir wahrscheinlich bald einen Patch. Aber bis dahin, seid vorsichtig, was eure Bluetooth-Geräte angeht. Und wenn ihr es nicht dringend braucht, schaltet es vielleicht lieber aus. Alles klar, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.